Es gibt brandneue News zu der Zukunft von Star Wars Outlaws, denn die Entwickler haben sich zu der aktuellen Lage und zu zukünftigen Plänen geäußert. Das Ganze in so einem kleinen offenen Brief an die Community und das gehen wir hier heute durch. Denn zu Beginn wird so ein bisschen darauf eingegangen, dass der Start des Spiels ja jetzt schon mittlerweile ein Monat her ist, so ungefähr, und man sich natürlich das Feedback der Spieler angehört hat, dass man stark daran arbeitet, das Spiel weiterhin zu updaten. Das heißt, das Gameplay optimieren, allgemeines Polishing zu betreiben, Bugs zu fixen. Und natürlich, das ist besonders wichtig, es wurde häufig gesagt, dass das Kampfsystem bzw. auch das Stealth-Gameplay von vielen Spielern bemängelt wird, dass man teilweise so ein bisschen unfair zurückgesetzt wird bei manchen Sachen, wenn man dann halt mal stirbt oder dass man halt auf irgendwie eine komische Art und Weise manchmal entdeckt wird oder so bei schwierigen Stealth-Passagen. Und da wird auf jeden Fall stark daran gearbeitet. Allgemein ist das wohl kein leeres Gerede, denn es sind wohl mehrere Entwicklerteams, also nicht nur Massive, die für die eigentliche Entwicklung verantwortlich sind, an dem Spiel dran, um möglichst schnell halt eine Reihe von mehreren Updates hintereinander rauszuballern, um halt so das Spielerlebnis zu verbessern. Das Ziel hierbei soll sein, natürlich bis zu den Feiertagen auf jeden Fall ein großes Publikum ansprechen zu können und Star Wars Outlaws auch langfristig als starken Performer in irgendeiner Form zu positionieren. Was das angeht, wurde auch gleich noch ein wenig mehr angekündigt, denn am 21. November erscheint das Spiel dann am PC auch auf Steam, denn bislang läuft das Ganze nur über den Ubisoft Store und ich glaube auch bei Epic Games, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dann kommt es auch auf Steam und das ist kein zufälliges Datum, denn am 21. November erscheint tatsächlich auch das erste DLC. Dort werden wir zusammen mit Kay und Nix ein großes High-Roller-Sabak-Turnier infiltrieren und wir wissen auch, dass wir mit Lando Calrissian zu tun haben werden. Das sind so bis jetzt die groben Rahmenhandlungen, die man dazu genau weiß. Das DLC ist natürlich Teil der Gold- als auch Ultimate Edition, kann aber auch im Season Pass quasi nachgekauft werden. Für die Leute, die keine Lust haben, dieses DLC sich zu holen, wird es tatsächlich auch noch weitere Aufträge geben, die für alle Spieler for free, also quasi umsonst irgendwo ins Spiel hineingebracht werden, anhand von Updates. Was genau jetzt mit neuen Aufträgen gemeint ist, es steht nur dabei New Contracts, also neue Verträge, ist jetzt ein bisschen unklar. Eventuell sind das wirklich ausmodellierte, eigene kleine Geschichten oder aber es sind halt quasi so generierte Aufträge. Von daher, da weiß ich leider nicht genau, was damit gemeint ist. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung. Aber es scheint so, als würde Ubisoft sich auf den Hintern setzen und da ordentlich dran werkeln. Was jetzt die Größe des DLCs angeht, da wissen wir allerdings auch nicht so wirklich Bescheid. Man kann das Ganze aber vergleichen mit dem Avatar Frontiers of Pandora DLCs, denn das kommt auch vom Entwickler Massive Entertainment und die gehen so um die vier bis fünf Stunden, genau zu Seiten wie How Long to Beat. Von daher sind die schon in einer ordentlichen Größe, würde ich jetzt zumindest behaupten. Aber natürlich seid ihr jetzt gefragt, was sagt ihr zu den Neuigkeiten? Findet ihr das ganz gut oder sagt ihr, ja ich weiß nicht, die DLCs, ich werde es mir erst mal abwarten und anschauen und werde dann ein bisschen gucken, ob ich es mir noch hole. Das ist natürlich euch überlassen, aber das war es mit den News. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.